Türen ja das ist krass um und natürlich finde ich auch um nicht außerdem ein den folgten ihr weiter sehen die mega aus ja ich habe ja auch bei denen noch die neufeltexia normalen nicht übelst geil aus ja er nicht so dass es so ist solche mittelalter der genauer ich will ich meine ich an so zu sehen die Birch denn er die sind voll scheiße aus und mit der die vor text tour ja ausprobieren ja die sind echt richtig behindert aus guck mal na und einmal ausprobieren hier guck mal ja komm die sehen auch nicht ja das sind solche ja das sind solche wohnungstüren ja sehen doch auch nicht schlecht aus also die die Birch türen die will ich auf keinen fall haben die die fichtenholz türen würde ich im keller machen ja spielst du auf default ne aber ich hab da noch das alte Textur es gibt ja noch kein neues ich bin mal gespannt wie die Birkentüren im Spux bald aussehen da könnten die bestimmt wieder was geiles draus machen und die fichtenholz türen und die fichtenholz türen bestimmt auch das ist einfach scheiße nein das ist voll geil das hat einfach jeder ja und aber die comic textur also dieser hauch vom comic ist voll geil finde ich ja ich hab einfach zwei schneebälle aus einem schnee quasi da bekommen lol hier schweben einfach mal bäume in der luft warum nicht äh weil das nicht logisch ist torben klar ist halt logisch bäume können schweben definitiv 3 4 ich hab den Eingang von meinem Haus sogar extra auf der Seite gemacht wo dein Berg ist Tobi das Tor oder das richtig süß finde ich das jetzt ist schon nacht ah ne das sind nur die Wolken jetzt muss es bald nein ich kann ja meinen Shader nicht anmachen ja das ist das ist ein bisschen schade finde ich auch ja stimmt wie willst du denn jetzt Shader machen da muss ja immer geupdatet werden in der mod jaja wenn die neue Version rauskommt ne warte ich hab grad ein schwach für ein Babypferd gehalten ähm die Textur wenn du diese Fichtentüren im Inventar sieht ziemlich scheiße aus aber wenn du die gebaut hast sehen die gut aus ja ja ich weiß oder einfach für einen Keller finde ich das richtig awesome ja genau oder für einen Keller die werde ich im Keller verwenden ich werde dir auch im Keller verwenden da wollte ich nämlich auch so eine Art Gefängniskeller bauen What the fuck warum das denn? Ich dachte du wolltest einen Bauernhof bauen ja aber nee so ein Koppel nee so ein Koppelkeller mein ich wie so ein Koppelkeller ja genau wo ich dann immer äh Villager halte die ich Tobi nennen ja ja das wäre cool so ein Name Tag da kann man so viel nennen Villager ja dann bräuchte man irgendwie so einen coolen Zombie oder so einfangen dass er nie die spawnt wie einen coolen Zombie ja keine Ahnung du kannst ihm dann ein Baby-Zombie vielleicht oder halt Sachen geben oder eine Diarossi zu ja eine Diarossi hat man ja mal eben ja hinterher ja dann will ich die trotzdem lieber für mich haben falls mal meine kaputt geht oder so ich würde ich würde dem lieber eine schicke Eisenrüstung geben ja Tobi Tobi Gefangene haben auch immer äh haben auch immer äh hier Dings noch äh Diamantrüstung äh das muss ja kein Gefangener sein er meinte einfach dass das cool sein würde ach so ich dachte der wolle ein Gefängnis bauen nein ouch so mal gucken ich denke wir können aus dem Hoekie was ganz schönes machen aus was was schönes machen ich hoffe nicht so aus dem Haus was ich baue ähm ich will da auf jeden Fall ein cooles Dach haben kein normales Dach Alter äh Obsidian-Farm ist so langweilig machst du das gerade? ja hm könntest du mir vielleicht äh was mitbringen das würde ich dir hinterher wieder erfahren nö haha da würde ich dir hinterher mal irgendwann erfahren ja nö würde ich echt mal ich hab halt nur gerne ja ich will da dann auch so viel Obsidian noch brauchen obwohl doch für eine Ender-Jazz brauche ich 8 ach ja da brauche ich auch noch deswegen wollte ich übrigens die Ender-Perle haben Flo ähm ähm das war natürlich ja du brauchst aber noch Place-Rom ja ich weiß aber das krieg ich ja irgendwann auch äh ich will keinem Torben du sagst ja wenn du auf Level 30 verzaubern kannst oder? äh ja das sag ich warum dann darf ich ja bestimmt mal bei dir verzaubern bestimmt wenn äh ja darfst du okay wie viel Obsidian brauchst du? aber du baust dir einen Zaubertisch vorher ja ja also du benutzt nicht immer meinen ne? ich weiß ja nicht Florian äh ähm einen kleinen Moment kurz ähm ja lass einfach an wir kommentieren weiter ja okay okay bis gleich wir sind jetzt hier die Unterhalter wir übernehmen mal die Show ja also jetzt können wir mal über Torben lästern oh der Torben stinkt immer der Duscht ähm der hat einmal bisher zu Weihnachten geduscht Leute ja jedes Weihnachten Leute 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 ich muss eben essen ähm könnt ihr danach noch? warte ja Aua ja dann essen wir jetzt auch erst ja gut dann äh bis gleich ne Leute wir sehen uns nicht gleich wieder aber ich will mach gleich weiter ciao so da sind wir wieder ähm du wolltest schlafen gehen ne? ja das hat Flo Pech gehabt würde ich sagen so pass auf ähm Leute ich hab mir überlegt ich baue mein Haus noch anders ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen interessanter wollte ich das nämlich machen ups so hier macht ey Torben ist deine Graslandschaft riesig? äh ziemlich ja oh cool ich glaub dann komm ich da doch auch mal hin brauchst du auch ein Haus? du musst mal gucken ja mal gucken so bring ähm bitte Schnee für mich für nen Schneemann mit hm? bring aber Schnee für nen Schneemann mit hab ich gut ein Stack ja das reicht wohl äh äh ich hab äh 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 Essenprobleme glaub ich zumindest wie viel Obst du denn bräuchte? nochmal 14 für nen Portal also für nen schönes ja also 12 quasi mhm ich baue das ja eh nen Boden achso ja das stimmt ok obwohl ich brauch eigentlich ja ich nehm mal 15 obwohl man kann die Portale ja jetzt riesig bauen ja muss man aber nicht ne? kann man die jetzt auch riesig bauen ehrlich? ja du kannst ja auch 100x100 machen oh wenn du Bock hast so lange auf sie zu farmen aber das ist jetzt neu ne? hm ne das ging mit der 1,7 schon oh mach ich zumindest also kleiner aber nicht ne? ne ne geht ja auch eigentlich gar nicht ist ja nur max ist ja dann nur ne ist 2 Blöcke breit ne? ja ja ne aber 3 hoch du könntest es ja rein theoretisch 1x2 machen ja ja genau ja ist mir denn auch eingefangen so ich hab jetzt 20,4 für nen Zaubertisch wofür brauch ich noch? ach ja für ne Ender chest brauch ich nochmal 8 boah so 12 sind 24 muss ich dann auch mal irgendwann machen das 22 ich glaub so wird mein Haus ein bisschen interessanter weil man dann hier hinten so ne schöne kleine Ecke machen kann so ne gemütliche und das dann auf mehreren Etagen wird bestimmt cool ich hab jetzt erstmal 24 Obsidian richtig übertrieben hallo Endermann eigentlich baue ich sonst mein Haus nie so dass ich zuerst den Boden mache bevor ich aber jetzt tue ich es und das schaff tanz hier rum und das richtet mich auf hallo Endermann das ist mein Haus du nimmst hier keinen Block weg du bist einfach mal tot oh hallo Babyzombie oh hallo Babyzombie hey Tobi 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 ich bin nicht mehr da womit kann man nochmal sehen wo Monster spawnen können mit F3 mit F3 3 und dann doch dann Light siehst du da unten 15 Oh ja aber doch nicht Ah ne F10 war das ne oder Heavy nein das ist bei Hexe zum Beispiel F7 hier funktioniert das nicht ja ja doch hier kannst du das mit dem Lichtlevel du musst halt nur wissen ab welchem Lichtlevel ja aber du kannst nicht zu jedem einzelnen Block gehen und dann ja gut kannst du machen aber das ist halt übel so ja ja aber du weißt ja ungefähr da unten in welcher Ecke noch Monster spawnen können oder nicht ne also 15 ist auf jeden Fall zu niedrig weil 15 ist bei Nacht ich hab gerade 0 äh nein Tom 15 ist gut nein wenn ich direkt über nach Fackel stehe habe ich 14 lol warum ist in meinem Haus dann 15 obwohl ich nichts ausgeleuchtet habe und es Nacht ist ja bei mir als Standbild wahrscheinlich bin ich jeden Moment tot das äh wäre lustig ist aber leider noch nicht so ja das ist richtig ich bin weggerannt jetzt muss ich mir ein Steinschild machen weil ich kein Eisen dabei habe und nicht zum Dorf dann will also jetzt habe ich nämlich hier zum Beispiel Lichtlevel 0 und das niedrig ach Tobi bist du zuhause? nein soll ich noch zuhause? zack 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 hä? alter die ist denn die ist denn los mit dir Flo ist schon mal an den Bogen gedacht ich habe den einmal mit einem Pfeil getroffen und zweimal mit einem Pfeil getroffen und zweimal mit einem Pfeil getroffen und die Toten mit was für einem Schwer hat? ja den habe ich irgendwann mit was für einem Schwer hat? mit Eisen da geht der mit drei Schlägen kaputt ja 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 bei einem Bogenschuss da müsste der eigentlich kaputt gehen ja eben wahrscheinlich hat der Flo ist voll verkackt und den Bogen noch nicht mal richtig gespannt das kann natürlich sein doch habe ich ah ich kann zwei Bögen zusammen legen alter oh da ist ein Villager ich wette ich sterbe gleich einfach richtig billig am Fallschaden weil ich die ganze Zeit von meinem Haus runter springe und mich regeneriere ouch welches Level hast du? 32 ah das wäre ja nicht schlimm ich habe dich übrigens eingeholt worden ja ja ich bin ja auch mal im Haus bauen ich bin Level 30 ich gehe jetzt auch wieder ja in der Nacht baue ich nicht im Haus auch Level 31 ja ich meine ich tue gerade da oben rum ne ja ok das ist dann natürlich ja ich müsste Holzfarm und ähm ah ja musste ich jetzt auf und dann gehe ich dann halt auf Monsterjagd vor allem brauche ich was zu essen ey ohne Spaß ich muss ein echte Glück äh bei dir da sind aber ihre Torben oh ja vier Creeper rennen hinter mir her das ist toll ja ich komme mal irgendwo zu dir da in die Nähe ne wenn das für dich okay ist ähm da belagern einfach Zombies mein Zuhause können sich die Villager gefälligst woanders hin verziehen ah warst du da in dieser Höhle drin Torben neee in der Höhle war ich an deinem Berg ja meine ich ja ja äh ist da irgendwie was besonderes ja ne Schlucht aber die habe ich halt geplündert ne vielleicht findest du ja auch noch meine ewigen Strip Mining Gänge unter meinem Haus werde ich mir übrigens ne Mine bauen hab ich mir überlegt ja wollte ich auch machen weil ich komme damit ziemlich effektiv äh an dir aus und das gefällt mir ja das wollte ich genauso machen das ist das Problem ist wenn wir dann zu nah zusammenziehen Torben ne ja wir könnten ja theoretisch äh auf einer Höhe bauen und dann könnten sich die Gänge ja auch verbinden ja ja auch nicht schlimm pro един aber das hat was gerade alles nicht angekommen was du gesagt hast Ja, wenn wir die Gänge auf einer Höhe bauen, dann können wir ja zufällig aufeinandertreffen und das wäre ja auch nicht schlimm, wenn die Gänge verbunden sind. Doch. Macht Kinder. Doch. Macht Kinder. Ja, ein graues Häschen. Ja, meinetwegen. Komm, still, werd aggro auf mich. Ja, Flo, dann geh jetzt schlafen. Ich hab doch eine Dingszucht, eine Schafszucht, äh, eine Kaninchenzucht. Ja, komm, Skelett, jetzt schieß den Creeper ab. Von Kaninchen krieg man doch auch Fleisch, aber ich glaube, ich will gerade gar keine Tüten. Boah, Skelett, ich hasse dich noch. Ich hab eine Schallplatte. Ja, komm, jetzt schießt aber den Creeper, danke, eins. So, ich mach den zweiten und jetzt kommst du den letzten. Ja, aber ich kann mir schon fünf Tüten Tüten, oder so machen. Ja, kann ich auch mittlerweile, also vom Schwarzpulver her. Lass mich nicht im Schicht, Skelett, eins. Ich hab irgendwie 40 Schwarzpulver oder so. Oh, Leute. Ist bei dir Eichenholz in der Nähe geworden? Ja, hab einen Wald hier. Äh, Fichtenholz? Ja, hab einen Wald hier. Skelettner. Und Birken auch, was gar nicht jetzt zu fragen. Ja. Ja, ich hab einen jingle Angelegen. Ja, tierne. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.